Sie kämpfen jetzt hier für seine eigene Wahrheit. Ich wehre mich dagegen, nicht auf eine Seite zu stellen. Auf beiden Seiten sind Menschen. Das ist nicht die Ukraine, die mit der Ukraine geht. Das ist die Oligarchie. Ja, das ist unser besonderes Team. Das ist alles gut. Wir sind so dumm, wenn es ein Krieg war. Der Konflikt ist 90%ig. Wir können nicht die Erde, die Erde verletzen. Wenn es hier werden, dann wird es das, was jetzt da. Ich glaube, dass die Kultur eine große Rolle spielt. Und in der Welt, vor allem in der Krieg war. Ich, als skriptein, kann nicht besonders, dass ich meine Position erzähle. Aber mein Herz ist hier. In der Krieg ist ein Freund und in der Krieg ist ein Freund. Ich bin hier. 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 Es ist leer. Und wenn es in der Krieg ist, Du kannst nicht neutral bleiben, wenn du im Binnen bist. Untertitelung des ZDF, 2020